Ja, willkommen zurück bei Let's Play Toy Story. In diesem 180 Sekunden Level. Oh, kannst du mal normal springen? Kannst du normal springen? Danke. So, und wieder der ganze Scheiß hier. Dieser werde ich nicht den Fehler machen. Sondern erst alles einsammeln, was du einzusammeln hast. Wie komm ich denn da drauf? Oh, Mann. So, das kann ich jetzt wegmachen. So, wie das da ist, kann ich auch wegmachen. Eins lasse ich mir mal da, damit ich wieder hochkomme. Wer weiß, was ich brauche. So. Wieso kann ich da nicht mehr hoch? So, geht doch. Und Sterne sammeln. Und weg sammeln. Und Sterne sammeln. Und weiter geht's. So. Es schaut doch schon alles viel besser aus als bei mir. Wie komm ich wieder nicht hoch. Aber durch den Ball. So. Wieder Sterne. Und wieder Sterne. Ah ja, ich weiß nicht mehr. Ich kann dir das dann wegtragen. Ich gehe schon mal weiter. Da hoch bin ich. Ja, das reicht mir so auch. Komm ich so überhaupt hoch. Vielleicht da rüber. Mal schauen. Oh, da sind auch noch Sterne. Ah, da sind auch noch Sterne. Ja, da komm ich nicht hoch. Da gehe ich jetzt schon mal aufs Bett, damit ich die Sterne habe. So, der holt das Ding hoch. Hier bei uns geht es um das Bett. Ich muss mich aber ganz schön beeilen, glaube ich. Düp-dup-dup-dup-dup. Ah, rüber. Schwein. Roboter. Schnell, schnell, schnell. So. So, der Roboter. Warum lebt eigentlich das Spielzeug, auf dem ich gerade stehe, nicht? Naja. Soll mir wurscht sein. Oder die Bauklötze. Nur Figurenähnliches lebt, oder was? Aber ich möchte jetzt nicht über den Realismus von Toy Story sprechen. Weil der ist nicht behandelt. Lalalalalalalalalalala. Und... Ja... Toll. Dankeschön. War aber 50. Er wollte doch gerade sagen. Danke für den Hut. Ja. Ja. Er hat ein Laser. Kommt schon, ja. Ich will die Story nicht lesen. Wow. Krasser, knapper Jump. Kommt schon. Haha. Ja. Und bam. Und das Jack hier kann ich schon mal mitnehmen. Dieser Chiller. Dieser Chiller. Ach komm. Ja. Das hat sich ja ultra gelohnt. Sehr gut. Und schreibt leider auch ein bisschen enttisch. Achso, man kommt nur so zum Jackpot. so nice ich finde es nicht okay, wie wir das leiten, leiten ihr mich verarscht gut, dafür schubben sie nur auf die Meter aus dem Fenster das ist einfach, das hier ist so ein Kindergarten, ich brauche aber andere Sachen so auf 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 eine So. Au. Ich versuche, wenn ich diese Continuous sammle. Wisst ihr Bescheid. Hey. Ich war doch wohl... Ja. Das war's nicht. Toll, hier schon Continuous verschwendet. Dankeschön. Ich weiß nicht, warum ich das gerade gemacht habe, aber es war lustig, glaube ich. So, und drüber. Und hier hoch. Und dahin. Und das hier. Und kaputt machen. Und kaputt machen. Und wie es ist ein scheiß Flugzeug. So, die Sterne auch noch. Und dem Hai ausweichen. Und da dran. Und da ist nichts. Und da ist auch nichts. Und da ist einfach wieder dieser Impossible Jump. Doch, er ist möglich. Aber er sieht so unmöglich aus. Oh nein, die letzten zwei Sterne sind schon wieder derselbe Fehler. Verdammte Scheiße. Na, wenigstens habe ich einen Stern bekommen. Reicht mir auch. Ja, 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 ja. So, er ist der Endgegner. Ja, während ich schlafe. Attackiert er mich im Traum. Fällt über mich her. Was, like, yeah. So, mal schauen, ob ich diesmal besser bin als im letzten Mal. Nein, wirklich nicht. Hey. Während der dummen Peitsche kann man sich danach nicht bewegen für eine kurze Zeit. Kurz ist ziemlich lange, sogar. Hey, das geht mir so um den Sack. So, jetzt passen wir jetzt einmal anders. So, jetzt passen wir jetzt einmal anders. Uuuuh. Ja, genau, was ich mit dem Spongebot bin. Sehr gut gemacht. Hey, fuck it. Ich hab gerade bekommen, oder? Ich hoffe doch. Ja, wie 41. Na, egal. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall bei dem lustigen Level machen wir das nächste Mal wieder weiter. Bis dann. Ja, das ist ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen. Vielen Dank.